Also jetzt haben wir hier Larry, Yakuza, Sneasel und meine Wenigkeit und ja, so wie ich Ascaban oder Dark Souls kenne, kloppen die sich jetzt um den fünften Platz. Ja, Dark Souls. Nein, dann. Nee, nee, nicht. Nein, ah. Ich hab jetzt ein bisschen Schiss, Leute, dass wir einen krassen Win machen und ich direkt einen Global hab. Ihr auch? Please, Gabe, come on. Entweder muss man uns ein Spiel gönnen oder jedem ein Knifftl. Ich glaube, der könnte dann eher das Spiel. Ich hab ja gar nicht so genutzt, dass ein Cheater auf dem asiatischen Server füllt. Alter! Ha? Leute, ich hab Nautilus gezogen, Alter. Dann sieht man lang raus. Ja, klar. Ja, mein. Auch ein geiles Spielchen wieder. Ihr habt auch erkannt, dass das Game ein bisschen kribbelstellt. Warte, Larry, Larry, Larry. Shit! Okay, komm, BRUSH jetzt. Yakuza geht vor, drückt zwei Headshots, Minimum, mit ner Glock, mit ner Attack, Deagle, meine ich. Mitte ist schon raus, leck mich, der ist schon da. Oh, no, I will not let you. Auf geht's, Team. Auf geht's, Team. Okay, komm. Auf geht's, Team. Der schlägt raus. Also, yo, yo, ich geh vor. Lass mich vor, ich hab ne Acker. He's dead! He's dead! Noch einer! Leck mich, danke, Cecil! Nice, uh! Das ist meine Smoke, die ist dumm geflogen, weil ich mich erschrocken hab. I'm so sorry. Oh, das ist wirklich draschig hier gerade. Ich flash mich selbst nochmal raus und guckt, ob da einer weg geht. Er hat, er hat auf mich reingetriggert, what the fuck. Ja, ich stand näher an ihm dran, als du. Er hat halt auf mich, wollte er schießen und er hat auf dich getriggert. Das war lustig. Hab's leider nicht gesehen, aber weil ich halt näher dran stand, ne? Du hast das Gefühl, oder? Ja, ich hab's direkt gefühlt. Natürlich hab ich das Gefühl, Alter. Ich steh hinter der scheiß Ding, du gehst ran. Er müsste Fokus auf dich haben, er gibt mir in die Fresse. Er hat noch einen Triggered auf deine Hilfe, ey. Das war geil. Ich hab eigentlich nicht vor, zu peaten, Larry. Nice, Azkaban. Links Zettel. Letzter ist dabei, es geht hier links. Letzter, ähm, die da ist aber raus, die da. Kick mich. Also. Larry! Der Left Side. Ah, ja, geil. Short einer. Er ist weg. Noch einer Short. Ja, Short ist noch dieser Yellow kleine B**** so. Yakuza, ich falle jetzt. Und komm mit dir mit. Oh, Yakuza, what happened? Ja, fuck. Der andere ist ja da links schon. Dann schaffst du so wie es ist. Ich hab acht Schuss. Richtig los. Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Yakuza, du sollst auch die Crow annehmen, hat er gesagt. Oh, oh, oh. Oh, Slizel! Noch Bock? Do Sion. Es sind wir so/. habits china alle die ganze Zeit mit denen schreibt. Weißtä so Eine afghane. Na, auf doch! Ihr blefs. Wär's nicht really, wenn wir einfach eine vote rufen könnten und den Gegner kicken können. Wär das nicht irgendwie sweet? Weißt du, es müssten vielleicht zwei der Gegner auch mit Ja voten und dann könnte man einfach ein bei den Gegnern kicken. Das wäre irgendwie geil. Mitte, links, er ist bei City, er ist in City mit Deagle und da geht die. Ja nice, der ist weg. Geht auf A, geht auf A, Jungs, ja. Beeilte euch, bevor die jetzt alle auf A gerückt sind. Alter, Larry, ich glaube, ich habe nicht sowas zu tun. Das ist Ray. Okay, Box ist tot. Larry! Report Purple. Hat aber früh mitbekommen. Das schreiben die Gegner, dass wir Purple reporten sollen. Immerhin App ist, oder? Ja, okay, also, der hat alles was gemacht. Insane, Alter. Larry, warum machst du das? Oh, noch, Alter, schon! Siegler, got you back! Got you back, Snuice! Yakuza, willst du eine AK? Ja, komm mal hier auf long, hier. Ticket! Natürlich wird er, denn er kann, der Mann kann. Oh, doch nicht! Warte, warte, suchen wir jetzt den Ernst doch mal rein, nach dem Game? Ja, ja, ja. Ja, schön! Endlich Merage, wisst ihr, jetzt, wo wir nicht live sind, kann ich ja ganz offen ehrlich sagen, Merage ist schon wirklich eine Scheiß-Map. Also, ich würde... Ich mache jetzt einen Schuss im Warm-Up Dark Souls für dich. Ich mache noch einen. Ich mache noch einen. Ich treffe nicht. Der wollte gerade einen Hakenkreuz machen. Yakuza killt, wir müssen sie jetzt besiegen. Achtung, Leute, Videotitel, wir zerstören Nazis. Ja, der Typ, der kommt von mir hin, tut mich einmal wegstechen, dann habe ich ihn auch einmal angestochen, dann ist er zur Wand gegangen, hat ein Herz aus Schüssen hingemacht, dann habe ich ihn einfach weggestochen. Das ist Beneful. Das ist Beneful. Was machen wir jetzt? Ja, wir gehen A, ist doch klar. Ja, A raus. Weißt du, wie viel 800 mal 20 Cent ist? Merkste was? Das ist completely wrong. Ich versuche, es zu flash zu schmeißen, aber Achtung, über Con, da kommt sie. Und ab dafür. Larry, mach du mal bitte Short, Larry, mach du mal bitte Short. Große? Ähm, Con, Jungle meine ich, sorry. Nice. Letzt, einer nur noch. Yakuza weiß, wo ich stehe und der ist immer noch in Jungle. This is for you. I'm by your side, Larry. Oh, ich bin doch nicht bei dir. Der kommt hoch. Ich habe noch mal einen Waffen. Lieder, Alter. Close, schon einer close? Ich kann nicht die Waffen nehmen, da kommt gleich einer runtergesprungen von Short. Larry, ich zeige dir, wie es geht, okay? Larry. Aua. Ich würde einfach nur abgaben, vielleicht pushen die. Oh, klingt sogar so. Ja. Push. Mit einem um drei. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich höre noch einen bei Rampe steppen, lass noch B gehen. Weil das mit dem Push war, auf jeden Fall eine echt gute Ansage, Azkaban. Ich treffe ihn nicht, ich bin zu fett. Nice, Azkaban. Ja, lass A gehen, lass A gehen. Ich molly, ich molly Jungle, nice. Ich gehe durch. Nice. Larry, jetzt geht rein mit dem Golden Sticker. Das ist ein krasser Trade gewesen, Sneasel. Dafür muss ich jetzt einen Frack machen. I love a cross. Sneasel, es hat sich gelohnt. Mit der AWP bin ich aber schneller. Larry. Blöder Penner, geht's mit Bomben. Einer durch. Ja, ich bin dann mal weg. Einer ist Low-RP. Larry, willst du mal sehen, wie es geht? Okay. Das gibt eine Anzeige. Okay, komm, ab jetzt ernst. Ja, schade. Scheiße. Scheiße. Geil. Schade. Welten.